Der Kerl kann sich am längsten auf ihn halten, der hat gewonnen. Aua! Was sieht der aus? Geil, das ist ein cooler Fall. Oh, wir warten drei um die Ecke. Ha ha ha, Alter, Alter. Aber, haben mich ignoriert. Das Blut nur als Dings-Star ausgelegt, als Volle. Kann man auch so nicht mehr gehen hier. Du Wolf. Na, da rennt auch an mir vorbei. Na, warum sehen wir jetzt? Isha? Ja. Ich glaube, das sind auch Wölfe, glaube ich. Kannst du auch? Au! Wow! Ich muss in die Eingeweide. Halt! Oh Gott, wie sie alle hier in den Büschen lauern! Sie haben mich durchdrungen! Ja. Das stimmt, ich bin auch gerade aufgestiegen. Auch gleich wieder. Es tat richtig weh, als sie mich durchdrungen hatten. Da haben sie ganz schön... Schauen wir mal. Jetzt sehe ich aber... Ah, hier vorne leuchtet irgendwas. Moment, da trinke ich mal einen Halt dran. Ah! Gehen wir hier raus? Oder kommt man hier in die Boss-Arena? Oder der Nacht der Wache? Das hört sich nicht so gut an. Was ist das? Wollen wir durchlaufen? Geht das? Ne. Doch, geht. Ich bin durch. Ja, ich auch. Oder der Nacht der Wache? Das ist ein schwarzer Panther. Oh, yo, geil. Ruder der Nacht. Wollen wir ihn zerlegen, dem Ruder der Nacht? Ja, natürlich. Ne, wir lassen ihn uns zerlegen. Können wir wieder raus? Wir können nicht wieder raus, ne? Der sieht ja edel aus. So, das war's. Wir können nicht wieder raus. Ja, aber es geht vom Schaden. Ja. Halt zu viel unter mich. Ne, ist okay. Oh, was? Der kriegt ja richtig. Das ist kein Nasenraum. Ne. Das ist doch nicht mal das Hinterbein vom Nasenraum. Das ist auch nix. Oh. Jetzt geht irgendwas auf. Ja, die Tore sind auf. Ja, wir haben mehrere Tore, die offen sind. Der ist hier aufgegangen. Oh. Ja, alles ist aufgegangen. Hier geht's auch weiter. Es gab Schattenblüte. Oh ja, da ist ein Zehnstück. Nein, wir müssen hier lang. Ich spür das. Okay. Naja, hier ist auch wirklich das einzige, was ein Tor quasi hat, in Anführungszeichen. Also, ja. Ja, lass mal da lang, ja. Ich spür das. Ich spür das. Ich stelle mich schon. Mein Schwert ist langsam ein bisschen. Ja, mein Axt ist auch schon lädiert. Ja. Ich muss sogar teure Waffen haben. Dann sind wir wieder hier oben. Hä? Okay. Aber es gab ja noch einen zweiten Weg, hast du gesagt, ne? Ja, ja. Und da ging's ja eben auch nochmal weiter, oder? Ja. Dann lass mal hier runterlaufen. Ja. Wieder zurück? Oder wieder runter? Wieder runter und den zweiten Weg. Was gab's denn von dem Panther? Hat irgendwer was gekriegt? Wie gesagt, Schattenblüten. Ah, ja. Okay. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Die sind doch scheiße selten, oder? Die sind super selten, Mann. Du brauchst doch einen für Schattengewürz, wenn du zehn willst. Hier den linken Weg meinst du? Ja, genau. Richtig geile Rezepte. Schattengewürz, tatsächlich. Ja, genau. Du kannst auch Schattengewürz aus Stein und Gold und so drum. Unsinn kannst du sogar machen. Hm. Oh, welchen Weg sei der? Links oder rechts? Links. Links. Zu den Hygienen, nicht zu den Schweinen. Er hat zu viele Pilze gesammelt. Oh, das ist ein Lager sogar. Hupsi. Oh, hupsi. Hau ihn doch mal, du Hauptmann. Ihr seid jetzt immer noch in dieser komischen unterirdischen Welt, oder was? Mhm. Mhm. Werden da daneben geschossen? Ich war... Ich bin noch neu mit dem Bogen. Ich freue mich. Der Bogen ist noch neu. Ja. Das auch. Keine Holsterung. Aber daran haben sie umgenagt. Da hinten liegen ja noch 20 Stück rum. Da müssen wir alle wegsnipern. Oh, er ist weg. Ah. Oh, ich kann es nicht. Nö, die Hyänen gehen ja auf euch. Mich lassen sie in Ruhe. Ja, die geht nach dem Bogen schützen, der sich getriggert hat. Und hier ist ein Babyhyäne. So, dann könnt ihr. Nö, danke. Wir müssen auch das Nase haben, was wir in der Base haben. Das schwache, das können wir auch... Hupsi. 66 Eisschirm. Wie schon, äh... Gesammelt unterwegs von allen Leichen. Das heißt, wir haben schon 66 Leute getötet. Ach so, von denen, ja. Und hier drin geht es ja auch weiter, ja, ja. Nicht auch so. Dann gibt es nochmal zwei, wie ich sehe. Oh, ich kann echt nicht schießen. Du, was bin ich denn jetzt? 57, 3 noch. Mal gucken, was die in der Tasche haben, bevor du sie wegmesserst. Ja, ja, ich guck schon rein, wenn ich da irgendwas sehe. Aber es ist, steht doch dann ein Beutelchen mit den Kram, oder? den komischen weg zu gehen den baum hoch zu kreisen aber sowas an die tapot ja so nämlich sehr krass hier nur ein mann dessen herz rein alle haben vorbei und nur ein mann was kommt jetzt so menschen menschen nee das war es schon wieder an der an dem boss ja gut dann können wir den anderen weg noch mal laufen ich glaube moment so geht nach links ich gucke noch nicht kommen eben gerade ja genau da sind wir raus mit dem mit dem schädel das heißt wir müssen nur mal hier lang ja aber da sind wir beim ersten mal hergekommen nicht nicht weil hier gibt es nämlich drei wege andere sachen mehr aus wieder dreiköpfige welches level hatte jetzt eigentlich 16 ja ich habe bärenkopf oder der zielwasser hat noch plus 5 beweglichkeit kriegt und minus drei stärke minus drei stärke sehr schön naja das ist ein bisschen blöd ich lasse mir bei der wirklichkeitswaffe kämpfen da links ist ein dicker bär hier sind fünf bären der eine der wirds bärig dann wirds bärig so so ich würde den nächsten zwei wollte ich so wohl eher sagen den linken hatte ich gleich gesehen warum ist es nochmal zwei kommt so beide auf mich ja moment egal weg mache ich schon mal schaden hab gedreht ein machen nicht so viel schaden das geht die rüstung haben wir kaum noch schon hat er mich verkrüppelt bärenfell wäre auch dickes dickes fell wenn wir mal nach der umstecher noch welche naja die stehen vor einer coolen höhle das ist nochmal ein zweierpack wenn man bärenboss kommt haben wir wieder ein bisschen was zu knabbern ja das könnte interessant werden na sag mal ich tröste nicht 5 waren ja der schluss so wir Arena hier wird es wieder pilze ja ich habe es mal dran lecken ja auch den gleichen Pilzstärke. Pilze geben mir Kraft. Leuchten so schön. Apropos Pilz, heute ist der Tag des deutschen Bieres. Das muss man mal erwähnen darf. Das muss man mal dringend erwähnen. Hier sind auch Bärenbabys. Babys, ja. Babys kann man mal angucken. Ja, da würde ich mir eins einstecken, glaube ich. Oder ich würde mir auch eins einstecken. Zwei Stück, da genau. Ja, da stecke ich mir eins ein. Ich auch. Oh, ich wusste es. Aber ich weiß, wo ich die nächste nähe. Ich bin überlastet. Bleib hier. Komm her. Bär. Steck die doch jetzt. Ey, sie sagt, der Schütze geht auf die Eier. Ich hab's. Ja. Der Schütze ist weg. Der zweite liegt auch. Wir sind eingesteckt, Pärchen. Ja, ich könnte aber nicht mehr töten. Jetzt muss ich da momentan ein bisschen... Aber ich kann ja warten, dass es Baby geben. Ich muss gleich mal mit meinem Hauptmann in der Fotos schon. Weil meine kurz vor knapp ist. Halt, Moment. Bato, komm her. Ja. Bären, Junges. Macht mal ein bisschen Starkbären draus. Ja. Dafür brauchen wir Schattengeburt. Gut, dass wir welches haben. Ja, dafür komm ich weg. Ist das hier übrigens Leuchte-Dings? Ach so, ja, stimmt. Ich bin auch gerade am rumfummeln. Ich mach mir einfach einen mächtigen Bär. Ja, eben. Dafür bräuch ich nur totemisches Futter. Was für Futter? Hm. Toll was? Toll was? Schwarze Elite-Löwe. Hm. Kannst du aus einem Bär einen schwarzen Elite-Löwen machen? Nee, nee, dafür bräuch ich einen Löwen. Wer bräuch einen mächtigen Löwen für? Das Elite-Löwen, das kann eigentlich nur umgehen. Brauchen wir den? Na gut, den Schleim können wir wahrscheinlich so oder so überbrauchen. Aber haben wir den welchen? Jetzt schon. Oh, hier noch ein bisschen. Es geht weiter, Leute. Leuchtschleim ist immer. Wir sind Fledermäuse. Ich will hier weg. Ja, komm, weiter. Eigentlich sammle ich noch Leuchtschleim. Ja, ich auch. Reicht doch jetzt. Was hat ihr denn? Und schleimige Hände habt ihr schon. Ja, ich schleime hier noch. Aber jetzt gehe ich weiter. Ich habe 58. Hoffen, dass das reicht. Nee, wenn nicht. Ich habe nur... Oh, ich habe 36. Ich habe 44. Ja, dann haben wir ja Schleim. Oh, wahrscheinlich nicht so. Nein, nehme ich dir meine Plannerwaffe. Ich wusste gar nicht, dass hier so ein großes Gebiet noch dazu gekommen war. Ich habe hier jetzt auch nicht geteilt. Das ist zwar nur so eine... Naja, was weiß ich hier. Noch mal einer. Und wenn... Ja, ja, man nervt mich auch ein bisschen, aber... Ich stecke im Bären. Ja, der Bär hat auch eine beschissene Position, muss man dazu sagen. Oh, hier ist aber ein schönes... Nee, hör auf. Oh, Trinkerlok. Habe ich auch schon getrunken. Hat der Bär reingepisst. Oh, ich gehe ins Wasser. Verleih mir dann Bärenkräfte. Ja, wahrscheinlich. Hier rechts sind noch zwei Bären. Hier geht es bergauf. 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 Ich will durch dieses Tor in den Bosch. Ja, aber erst mal hier die Bären weg. Ja. Ich will durchs Tor. Wir müssen dann noch zweimal hier durch, ne? Mit den anderen zwei. Ja. Das ist schon ganz schön aufdringlich. Gut. Nichts kommt nicht. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, eben. Für den Kriegstag. Versuchen wir es auch komplett mitzunehmen. Hauptsache, die Waffen hält es aus. Ja, das könnte ein Problem sein. Wenn es der Hälfte jetzt runter... Aber ich habe Reparaturkits ja dabei. A, das ist gut. Und B, könntest du mit eurem eigenen Tauschen... Und ich habe auch mehrere Waffen dabei. Wollen wir jetzt durch das Boss-Tor oder wollen wir erst den anderen Weg gehen? Was, was, was? Warte, warte. Hier rechts hat es übrigens schwarze Panther. Ja, ja, das ist dann der andere Weg wahrscheinlich von den dreien, die wir noch gehen können von da hinten aus. Also erst mal Boss. Erster Boss, ja, weil nicht, dass er die Waffen nicht reichen. Ich könnte mal ein Feuerchen gebrauchen, um mal ein bisschen Fleisch durchzubruzeln. Erstmal habe ich noch. Ansonsten esse ich einen Pilz. Schneiden und Rutsch da. Ja, ein bisschen Pilze oder ein paar Insekten. Ein Überraschungspilz. Oh, Gorilla-Hintern sehe ich. Moment, warte. Gorilla-Arsch. Nicht, dass es hier noch weiter geht, ey. Na gut. Ich habe über Floki hier schon vieles gehört, ne? Aber das noch nicht. Manche Beleidigung muss auch nicht sein. Das stimmt. War keine Beleidigung. War gar keine Beleidigung. Ich dachte, du hast mir auf den Hintern geguckt. Wollen wir mal rein oder was? Oder können wir? Los da, rein da. Los da, hintern. Rein da. Ich hole aber erst mal ein Schild raus. Der große Imaranda. Bruder des Monds. Das geht dahinter nochmal weiter. Oh, der hat nicht viel, okay. Ja, der geht. Ja, das geht auch. Das ist ja fast schon Bären-Niveau. Sogar drunter, ein bisschen. Gefühlt. Ne, ein bisschen. Ja. Stücke. Oha. Oh. Aber der kaputt ist eh. Also, da kommen wir zum Anfang wieder zurück. Wenn wir durch das Tor wieder laufen. Legt er sich so hin. Hier haut dicke Haut. Welt hat der dicke Haut. Wie viel dicke Haut der hat. Gehen wir jetzt erst mal hinten bei den Pantern? Weil von hier haben wir, glaube ich, eine bessere Orientierung, oder? Keine Ahnung. Hier geht's weiter halt, ne? Das ist der heilige Hain. Hier kämen wir zum nächsten. Der heilige Hain. Der heilige Hain. Heiliger Hahn. Links und rechts. Scheiße. Und das wollte ich gerade noch mal wieder. Eine Seite müssen wir uns entscheiden. Wie sagt ihr durch den Link? Nichts kann man kämpfen? Nein, ich sehe ich natürlich nicht auf der Meppe. Wo sollten wir jetzt rauskommen? Also links. Nicht durch den Kopf, sondern durch das andere. Ja. Nicht durch den Kopf. Ach, da. Okay, erst da. Ich glaube, du kannst auf beiden Seiten kämpfen. Ich glaube, die Wege dahin sind immer nur anders gespickt. Ich glaube, die bringen gar nicht so viel, außer XP natürlich. Weiß ich nicht. Was ist denn hier? Jetzt sind hier Affen. Oh, ein Gorilla? Freilebender. Also frei ist er nicht. Jetzt muss ich ja dumm und dämlich. Ja. Oh, der war mal schnell weg. Oh, der wird ja weg. Oh, Mensch. Ich bin nicht der Gorilla. Doch, warum? Fick. Beeren sind die wahren Tiere. Kannst du aber nicht reiten, ne? Ne, leider nicht. Ich würde mal ein bisschen Schaden kriegen hier. Aua. Was habe ich denn hier alles für einen Scheiß dabei? Ich glaube, sehr viel Fleisch wollte ich in den Schweinen einstecken, aber das wollte ich eigentlich auch mitnehmen. Und das olle Wildfleisch lasse ich, glaube ich, hier. Schmackhaftes Fleisch habe ich auch. Ein bisschen schwer gerade bin. Naja. So jetzt. Spielt ihr schon wieder mit den Äffchen? Ja. Aber was würde ich mit mir spielen, das Äffchen? Nee, es ist gerade ein bisschen verwurrt. Aber kam es dann noch kurz. Oh, Doppelaffe? Ich bin in den Linken. Ah, kann ich. Zwei Rasiermesserfeuer, die Ufer. Der wirkt ja noch. Ich dachte, meine Kommen wir haben den Wecken noch. Ohne Witz, du bist schon wieder überladen hier. Gibt's doch gar nicht. Oh ja, ich soll mich. Schmeiß was hin, ruhig. Ich kann ihn tragen. Ja, ihr allein hier diese... In meinem Pferd. Wo ist es denn hier irgendwo? Ja, stimmt. Ist dein Pferd? Da, warte. Dann bewegt dich mal. Ich hab's gut in der Nase. Ja. Ich hab' ich da im Pferd mal und ich was rein. Ah, Tage! Noch weiter. Ich bin kurz weg. Jo. Yes. Ach mal, boh, Alter. Oh, der hat doch Goldmünzen dabei. Der, der Affe? Nee, der Typ hier. Müsst' da mal, ab und zu mal reingucken. Okay, die haben auch immer Schwefel, hat der eine hier zum Beispiel. Ja, bei den ganzen wichtigen Sachen schlag' ich zu. Warte mal, was ist denn der Gaul? Da pack' ich jetzt erstmal mein... Ah, das ist doch gerade weggerannt. Ja. Machen wir mal ganz kurz. Aua! Warum? Ah, jetzt. Das ist Affentheater. Ah, da ist ein Schwert in der Tasche. Angestellt. Ich glaub, kein guter. Doch und Feige. Das war jetzt auch nicht so schwer, was ich da reingelicht hab. Das ist einfach die Anzahl der Sachen, die ich dabei hab. Dass man einmal nur kurz... Mit Jebald Sacki... T-Shirts. Oh, drei Stück. Oh. T-Shirts. Äh, gut. T-Shirts. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Nö. T-Shirts. T-Shirts. Ich hab schon ordentlich verloren, aber... Wo ist denn der Bulle? Da, da hinten. Wer spielt denn mit dem Bullen? Die sehen ihn gar nicht. Ich seh ihn auch nicht. Na, da kommt der noch. Der Matthias. Ach ja, Alter. Ach ja, Alter. Macht sich warm. Wie geil ist der denn drauf? Hallo. Oh, der frisst noch ein bisschen mehr. Wer ist so nach Saun-Niveau? Er hat mich platt gemacht. Tod oder nur umgehauen? Nein, nur umgehauen. Ich bin hier im Nebel. Ich komm ja nicht raus. Jetzt wollen wir einen kleinen Trunk trinken und... Wieder zurück. Wer kann sich ab längstens auf ihn halten? Der hat gewonnen. Ja, aber... Was sieht der aus? Geil. Das ist ein cooler Fall. Das stimmt. Das ist schon ganz geil. Das ist richtig gut. Der Anfang will ich nicht getroffen werden. Nein, was macht er denn? Egal, ich kann ihn treffen. Er heilt sich. Nein. Das wäre es dann auch, wenn der sich noch halten würde im Nebel da. Und wenn die aus dem Nebel laufen? Kann das auch? Das ist nicht. Nee, mach's besser nicht. Kopfschmerzen und irgendwas. Da kommt doch gleich wieder. Jetzt beruhig ich das mal kurz. Macht ihr Schaden mit dem Fallen? Ja. Ja, okay. Das ist doch eher. Wenn man die trifft. Genau, wenn die. Oh, da ist er ja. Darf ich mal lieber aus dem Weg gehen? Das ist doch schon wieder im Nebel. Keine Ausdauer mehr. Ich habe auch schon wieder keine Pfeile mehr. Aus dem Weg. Jawohl. Ich habe ihn erwischt. Nur so ein paar Pfeile in deinen Hengst. Oh, er ist da. Oh. Oh Gott. Irgendwann erschien sie den Hengst. Eigenherndlich. Das stimmt noch nicht. Das ist immer Pferd, ne? Ja. Als ob das Pferd in einem Schuld ist hier. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Eigentlich ist es ja sehr gut. Ich stelle mal vor, wir hätten alle eins dabei. Das war ein Traum. Das ist die eigene nicht geschlachtet. Lass sie erst mal wieder rauskommen hier aus dem Dings. Ja. Da drin kämpft sich nicht so gut. Oh oh. Ich finde einen Knochenpfeiler. Oh Gott. Alles was hast. Jawohl. Oh, da liegt es mehr. Oh. Jetzt ist auch der Nebel weg. So. Hacke frei. Hacke. Hacke Bein. Was hat er denn? Dicke Haut, Knochen, Horn. Und Schattenblüte. Oh. Schattenblüte. 32 Schattenblüten. Alter, super geil. Okay, hier geht es aber auch nicht weiter, ne? Das hat sich wie ein Endboss angefühlt. Ach doch, hier hinten geht es noch weiter. Oder sind wir da hergekommen? Nee, ne? Nee, wir sind ja von oben gekommen. Ja, stimmt. Wo ist denn hier hinten? Wir haben ja den... Ach, hier. Hm. Oh, da fliege... Hm, sind es geflügelte Viecher, die da jetzt kommen? Moment, wir sind doch von oben runter geplumpst da rein. Naja. Aber aus welcher Seite? Keine Ahnung. Davon, ja, das ist jetzt eine gute Frage. Aber gut, wir haben eh nur einen Weg raus. Ja. Ja, rausgibst noch. Was gibt es jetzt nochmal? Teachers scheint wohl... Wölfe? Wölfe? Wölfe mal wieder. Wölfe? Wölfe? Bei den Panthers oben waren wir auch noch nicht, ne? Naja, das wäre, glaube ich, nur noch mal ein Weg durch. Also, können wir noch mal machen, aber mehr als Pantherschlachten. Wacht. Ich meine, von meiner Ausrüstung her könnte ich jetzt auch langsam schon wieder Schluss machen. Ja, mal gucken, wo uns der Weg hier hinführt. Vielleicht kommen wir ja raus hier. Eine Pfeile mehr. So, das war es jetzt auch bei mir. Ich habe die zerschmetternden Hiebe ausgewählt. Bei meiner vollige levelten Stärke. Da stehen jetzt Herrwölfe. Oh, da gibt es nochmal einen Basskampf. Oh, klar. Ich habe nur nicht einen Punkt in Stärke genommen. Na, hier bin ich voll. Die sind rote Pilze. Oh, rote Pilze. Die sind bestimmt nicht gifftig. Achso, nur noch dieselben. Ist ja leer. Oh. Sieht einfach nur farblich besser aus. Schwimmt wohl. So, war da mein Kuh. Nee, wer steht da? Da schon ein Wehrwolf. Ja, ist das ein Wehrwolf, dann ist das bestimmt der End. Hoffentlich die Endgeschichte. Ja, das könnte sein. Ja. Warte mal. Jetzt geht's hoch. Nein, da. Wie? Uh. Oh, die Scheiße. Oh, ja. Oh, der ist aber schnell. Der ist ja schnell. Oh, ja, 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 ja. Ui, ui, ui. Ey, trüsst du ja gar nicht. Einfach schlagen. Ja, einfach rein da, einmal drauf. Egal, 80% geht auf uns selbst. Ja, egal. Kann man schlagen. Das ist auch krass. Ich finde, die sehen so gut aus, die Gegner. Hammer. Ich werde sie geheiraten. Ja, würde ich ja gerne, aber ihr tötet ja ihn. Ihr tötet ihn ja. Haustier. Aber, aber, ich bin das, nicht der Wehrwolf. Los. Hol den Kopf. Hol den Kopf. Eins, zwei, und. Oh, Schattenglüte. Guck mal, über uns, über uns, über uns. Wir sind würdig. Hilfe. Hilfe. Alter. Wir sind auserwählt. Tja, der hat ja ein Stimmchen. Ist heute ab? Jetzt auch nicht mehr. Alter, ich habe Fleisch der Erinnerung, aber frag mich nach Sonnenschein. Eins, zwei. Wollen wir da hin? Ich weiß, dass die Erinnerung an Jabal Sack in sich birgt. Ich habe mein ganzes Ding geteilt. Klar, rein hier. Was ist denn mit der roten Suppe hier? Da ist nichts. Okay. Hier, ich bin überladen. Dann müssen wir wohl rein. Warum bist du überladen? Fertig, ist doch da, oder? Ja, bitte. Die stacken nicht, die dummen Dinger. Achso. Aber hier gibt es nur zur Oberfläche zurück. Ich muss hier irgendwas anderes bei dem, bei dem, bei dem, der Wolfsfell kann weg. Massenhaut kommt rüber. Ne, ist gut, lass euch da. Ich kann auch unendlich viel tragen. Das Fleisch wiegt pro Brotstück wiegt das 5. Ja, ich kann auch ohne Ende tragen, also in Meier damit. Achso. Okay. Und ich habe, ich habe immer noch 20 oder so davon, also. Ja, ich habe es alle. Wenn nicht, gib mir auch noch was. Du kannst die Rote Suppe trinken. Ich weiß nicht, wofür wir das brauchen, aber gut. Wann läuft das in anderthalb Stunden ab? Durchbraten. So, jetzt haben wir es, das war es. Oh ja, es ist wieder weniger. Das geht. Wo ist das Tor hier? Ja, dann gibt es nur den Einweg. Und hier geht es auch zurück. Ah, okay. Ein paar Wege haben wir jetzt ausgelassen, aber ich glaube, es ist okay. Das ist eine Ordnung. Wir haben ja offensichtlich... Dafür, dass wir nur aus Versehen mal in so einem Tank genippt haben, war es schon ein ganz cooles Abenteuer. Wir sind auch ganz woanders. Wir sind jetzt in Sebermeru. Oh, geil, wir sind in der Stadt. In der Stadt hier hinten, ja. Hier kannst du mit Conan sprechen. Hatte das nicht irgendwer als Auftrag? Ich hatte das doch als Dings von Großkonan. Irgendwo hier in der Stadt? Witten in der Stadt. Aber hier ist natürlich auch eine Menge los. Hier sind eine Menge Leute. Aber die sind ja alle aggressiv gleich. Aber sollen wir das jetzt auch noch machen ohne Weide? Das ist doch irgendwie scheiße, oder? Wir müssen hier eh erstmal wieder raus. Das ist... Aber jetzt haben wir sie schon entdeckt und wissen, wo sie ist. Ja, das stimmt wohl. Oh, was denn das hier? Was hat ihr denn jetzt einkommen? Ich habe auch das Ufer entdeckt. Eine streunende Katze habe ich eingesammelt. Echt? Ja. Ich weiß nicht, was du mit der machen kannst, aber das ist meine. Haustier. Ich gebe mir auch eine Katze so. Unterhalb des Schwefelsees. Nicht angreifen, nicht angreifen, nicht angreifen. Ah, stimmt. Damit kann ich eine Hauskatze mir herstellen. Juhu, das mache ich doch. Du hast entdeckt Ufer. Ja. Das ist auch ein Ding. Wie, du schummst einfach rüber und entdeckst Ufer? Ja. Ja, Ufer. Wollen wir jetzt nach Hause, oder was? Nein, ich will eine Katze. Da ist eine. Irgendwo hier in der Kneipe steht der Conan. Ja, ich glaube hier sogar bei mir. Ja, hier ist es. Ja, das ist streunende Katze. Ja, hier bei mir. Ich springe auch. Hier drin ist er. Bring mir eine mit. Obwohl, wir brauchen sie nicht. Da steht er. Conan. Du lebst also. Und wir begegnen uns wieder. So, ich mach rein hier. Ich will den guten Mal sehen. Alter, Conan. Ja, mach's gut. Kein Bock mit dir zu rennen. Ich schon. Ich rede mit mir. Okay, ciao. Aber immer von drei Tänzerinnen gehen, ne? Er lebt jetzt. Ja, ja. Unter drei würde ich so nicht machen. Da muss aber auch irgendwo ein Obelisk. Obelisk sein, glaube ich. Ah, das wäre nicht verkehrt. Der Weg gehen schon. Ich müsste sowieso mal zu Fuß hinlaufen, aber das wäre auch egal. Das kann ich auch mal so machen. Der Weg gehen schon ganz ordentlich. Stimmt, da muss einer sein, tatsache. Ich hab mir ein Eis-Tee erst mal gekauft hier von. Na, selbstverständlich. Oh, ich hätte auch gerne ein Eis-Tee. Musst du Silbermünzen haben? Hab ich natürlich nicht. Ein armer Schlucker. Ich hab. So hab ich. Da geh ich noch ne Katze klauen, die finde. Das stimmt. Irgendwo hier muss einer sein, ja. Eis-Tee für Silbermünze. Unterhalb dieser Seen da oben. Ehe. Ehe. Ehe.